Wenn dieses Kleid nicht Sommer schreit, dann weiß ich auch nicht. Das ist die perfekte Basis, um mit dem Regenbogentrend zu arbeiten. Und dann brauchst du jetzt noch eine Tasche. Auch da bleiben wir dem Regenbogentrend treu. Super sommerlich und für mich auf jeden Fall ein guter Laune-Look. Die Magenta-Farbe ist auf jeden Fall ein Hingucker und passt perfekt zu den Regenbogenschuhen. Wir haben jetzt auch hier wieder eine Regenbogentasche, die sich farblich sehr schön mit dem Oberteil ergänzt. Dieses Kleid ist so ein krasser Hingucker, deswegen würde ich gar nicht mehr so viel machen. Du gehörst jetzt nur noch auf die Tanzfläche, also los geht's.